Hoch hinaus zum Dokumentieren der Brückensprengung Salzbachtal. Die liegt dort jetzt in Schutt und Asche und diesen Korb zeige ich noch mal. Die können ja mal beobachten. Ja, der dreht da um. Das ist dann ja P440. Das ist halt wo die Leute parken, wo sie nicht parken sollen. Geiles Gerät. Das ist was für meine Maschinenfreunde. Wollen wir mal gucken, was wir da mit dem Auto jetzt machen. Schön sieht der aus. Gucken euch mal den an. Das ist ein Vierabser. Wunderbar. Schönes Fahrzeug. Oh, oh. Da oben wird es ein bisschen eng mit den Bämen. Fahrt er noch mal zurück. Jawohl, macht er gut. Und jetzt noch mal rechts rum. Das müsste jetzt lange. Das war ein bisschen eng mit dem Asch da oben. Jawohl, Maßarbeit. Das hat halt eng sonst. Hängst du da ein bisschen drin. Das sind dünnere Äste. Super. Jetzt hat er es geschafft. Ich muss noch mal rangieren. Also das ist auch schlecht organisiert. Kann man ruhig mal sagen. Wenn da so ein Fahrzeug bestellt wird. Da hat es gestanden. Und dann steht da alles voller Autos. Jetzt fahrt er noch mal rückwärts auf den Platz. Dass er auf die Straße kommt. Ach, das war sehr eng da mit dem Schild. Aber er hat es gut gemacht, muss ich sagen.